Heiterer Himmel heute, wie schön! Mit dem Himmel ist das ja so eine Sache. Hatten wir ja letzten Donnerstag auch an Himmelfahrt. Wo aber ist dieser Himmel? Wenn ich draußen bin und hochschaue, fängt der Himmel über mir ja direkt an. Und wenn ein kleines Kind zu mir hochschaut, bin ich schon fast im Himmel. Mit beiden Füßen fest auf dem Erdenboden, mit dem Kopf schon etwas im Himmel. Ja, so berühren sich Himmel und Erde und wir sind dem Himmel ganz nah. Gott sei Dank! In jeder und jedem von uns berühren sich Himmel und Erde. Ist das Erdenschwere, was mich runterzieht, oder der Himmel, der mir nach oben hilft? Ich wünsche uns allen, dass wir die Bodenhaftung nicht verlieren, aber mit dem Kopf schon immer etwas im Himmel sind. Auch wenn Wolken da sind, auch mal dunkel, ist der Himmel doch da. Lasst uns so den Kopf immer etwas im Himmel wissen. Dem Himmel ganz nah. Gott sei Dank!